Was geht ab, meine Freunde und herzlich willkommen zum Edo Sire Freitag, so nenne ich das ab jetzt. Ja, wir haben fast jeden, gefühlt jeden zweiten Freitag, glaube ich, einen Song von Edo Sire gehört. Der letzte war mit Thiavo zusammen, mit Thiavo zusammen. Ich meinte dann irgendwie sowas mal von wegen, ich würde ihn gerne mal screamen hören. Und ja, viele haben dann geschrieben, ja, das gab's doch schon mal und so weiter. Und das werde ich mir wohl noch anhören müssen. Erstmal kommen wir jetzt zum neuen Song. Warum? Warum, warum, warum? Ja, warum, das frage ich mich schon, frage ich mich schon ewig und, äh, ja, ja. Warum? Produziert ist das Ganze von, nee, Moritz Döring hat directed das Video, edit, recording und so weiter. Don, Don natürlich wieder beim Mastering. Diamond Style hat das Ganze produziert. Mhm, okay. Bin ich mal gespannt, ob sozusagen die Story weitergeht, ne? Weil wir hatten, wir hatten die Story, die, äh, wo seine Freunde ihn gesucht haben in dem einen Video. Dann im nächsten Video, Shorty, glaube ich, war das, wo er, wo er nochmal so ein bisschen über die, äh, war das über die Süchte oder über die Angstzustände und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich versuche immer so respektvoll mit diesem Thema umzugehen, weil ich, ich glaube, ich hatte noch nie was damit zu tun. Wobei, ich glaube, auch immer wieder, ja. Let's go. Okay, also das Erste, was mir auffällt, das sind die Air Force Ones Type in Triple White, ja. Wunderschöne Schuhe. Ich muss sagen, von der Melodie her. Da gefällt's mir gerade extrem gut. Also, ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber Edo Saya, Don Don, da gibt's nur ein paar Kandidaten, ne? Die haben einfach so ein Gespür für, für Beats, ne? Die wissen einfach, meine Stimme harmoniert mit dem und dem extrem gut. Und das, finde ich, hört man gerade bei Edo Saya, bei den, äh, Gitarrensounds extrem, ja. Okay, bis jetzt, bis jetzt schön, schön. Verdrängen ist super, Freunde, ja. Also, wenn ihr irgendwas habt, wo mit dem nicht klarkommt, unbedingt verdrängen. Das ist, das hilft mir auch immer. Scheiße, Alter. Ey, ich weiß nicht, was es ist, ne? Aber ich kann mich immer mehr mit dieser Musik identifizieren. Ich weiß nicht, warum. Also, klar, ich mag die Flex-Songs. Ich mag Street-Songs. Ich mag ab und zu auch mal einen, äh, Lelele-Autotune-Song, so, äh, aus Unterhaltung. Aber irgendwie die Songs in letzter Zeit, die mich am meisten berührt haben, sag ich mal, sind die entweder von Newcomern oder von, äh, von wem hatten wir das noch? Genau, von Luciano hatten wir auch mal so einen Song, wo es ein bisschen persönlicher wurde, ne? Äh, ich glaub, der vorvorletzte Song oder sowas, ne? Und ich muss sagen, ähm, es gibt, ja, hauptsächlich Newcomer und so weiter, die mich genau mit so einer Musik irgendwie berühren. Ich weiß nicht, was es ist, ne? Langsam bin ich irgendwie so voll in diesem Depri-Vibe drin, Alter. Scheiße, ich muss aus diesem Loch raus. Leute, ich muss, das wird das letzte Edo-Saya-Video. Nein, wird's nicht. Und ich bin mir ein, ich blöcke, ich bin. Mein Therapeuter, die schätzt Wahnsinn, nein, ich weiß nicht, was wird passieren, was wird passieren. Keine Ahnung mehr, was falls ist, will hier raus, doch gibt nur eine Tür. Ja, Unbekannte meint zu mir, dass ich kaum noch etwas sage, ich mein alles so wie früher. Keine Ahnung, was ihr labert, aber spür, irgendwie wurde ich traut über die Jahre. Mann, und bin ich mal mit dir, stellt sie wieder diese Fragen. Warum redest du so wenig? Erzähl mir aus deinem Leben alles Gau. Keine Themen sitzen selbst gebaut im Käfig. Ich baue im Selbstge... Digga, okay, da sind echt Zeilen dabei, Mann, die ich echt nachvollziehen kann, ne? Ich lebe in meinem eigenen, was, selbstgebauten Käfig. Dito. Dito, Alter. Ja, Digga, ich hab so gerade das Gefühl, dass das der erste Song von Edo Sire ist, wo ich den Text nachvollziehen kann. Also, ne, weil ich selber diese Situation kenne, gerade, irgendwie. Also, eher als diese ganzen, sag ich mal, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ne? Diese ganzen anderen Themen, die Drogenthemen, etc., ne? Aber ich muss sagen, damit, damit kann ich mich... Du hast lange Weile, aber meistens hab ich keine. Meist bin ich auf Reisen, scheiße Geld ist kein Problem mehr, aber Zeit für mich alleine. Weißt du, was ich meine? Weil ich weiß nicht, was ich meine, will es lassen. Dabei hasse ich mich eigentlich am meisten. Und ich hasse, weil die Fragen stellt, ich weiß nicht, wie soll... Das ist zum Glück noch ein Unterschied, ja? Also, ich mag mich. Zumindest meistens, sag ich mal so, ne? Aber, ähm, ich kann... Hey, ich muss echt sagen, ich kann den Text echt gut... Also, ich find den Text echt nice. Was heißt nice? Ich kann ihn nachvollziehen, sagen wir mal so. Oh, ich hoffe, wann ich meine verdrehen. Ah, noch ne Sache. Viele haben mir auch gesagt, dass seine Stimme gar nicht so krass bearbeitet ist. Ähm, das mag gut sein. Nein, es wirkt nur, sag ich mal, für jemanden, der ihn vielleicht nicht oft hört. Wobei, in letzter Zeit hab ich ihn schon oft gehört, ne? Ähm, für jemanden, der ihn nicht oft hört, glaube ich schon, dass das sehr hart bearbeitet klingen kann. Ähm, weil er halt schon so eine sehr tiefe, prägnante Stimme hat. Aber der Aut... Also, dieses Autotune, sag ich mal, wirkt irgendwie eher so in den Höhen. Deswegen klingt das irgendwie so hart bearbeitet. Aber ich weiß, was ihr meinen, ne? Aber da muss man dann schon wirklich genau hinhören, beziehungsweise auch öfter seine Songs hören, ne? Ein kleines Problem hab ich. Ich weiß nicht, ob es bei fast allen so ist oder ob das nur bei mir ist oder ich ihn einfach noch zu selten höre. Ich versteh wirklich sehr viele Zeilen oft immer noch nicht, ne? Ohne Scheiß, das Video fühlt sich gerade so an, als wäre das in meinem Kopf, Alter. Genau so fühl ich mich zur Zeit, Mann. Genau so... Crazy, Alter. So richtig durch, einfach nur. Ach, das war er selber auch. Ach, ne? Auch passend zu dem Thema, ich hasse mich selber und so weiter. Ich wüsste gerne mal, woran das liegt, dass er jetzt gerade, ich sag mal so, extrem, extrem Output hat, ja? Ähm, hab ich irgendwas von einem Album nicht mitbekommen? Oder hat das vielleicht irgendwelche anderen Gründe oder so? Weil das sind echt, also echt viele Sachen, ne? Finde ich geil. Also ich hab, ich hab öfter sowas von Künstlern schon mitbekommen. Ähm, dann war das zum Beispiel, äh, weil sie noch, äh, viele Songs hatten, bevor ein richtiges Album kommt. Oder bevor sie einen, äh, Vertrag unterschrieben haben bei irgendeinem Label. Haben sie nochmal sozusagen ihre, ihre, ihre gesammelten Werke nochmal rausgehauen. Oder es kann, äh, was ich auch oft gehört habe, ist zum Beispiel, dass die, ähm, ihren Wert damit natürlich steigern. Und, äh, gerade Richtung Vertrag, Verlagsdeal oder Labeldeal oder so nochmal über ihren, äh, Vorschuss natürlich auch reden wollen. Und, äh, ich sag mal so, je präsenter man ist, desto, und je mehr Klicks dann insgesamt natürlich auch am Start sind, ähm, oder auch Streams, äh, desto mehr kann man wahrscheinlich auch über Vorschüsse und so weiter, ähm, verhandeln. Also, auch sowas habe ich schon gehört, so vor drei Jahren oder so, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Also, ähm, würde mich mal interessieren, ob ich da was nicht mitbekommen habe oder ob es keinen ersichtlichen Grund gibt oder er einfach Bock hat, ne? Finde ich, finde ich, ich finde es cool. Finde ich, finde ich, finde ich, bin ich glücklich oder nicht, wenn ich raus aus meiner Haut, das ist alles zu verrückt. Ich muss laufen um den Block, kommt der Haken, kommt dann weg, ich wache und glaube ich das auch noch. Warum baue ich ein und haue, ich weiß genau, ich gehe ganz schraub, von der Welt gefickt und älterlich ist auch ne Menge Hubs. Man wird älter, ich erzähl nur von mir selber noch aufs Song, ich hab gelernt, nicht zu vertrauen. Weiß es besser, aber ja, mache Business, fick auf Bitches, bleib für mich. Puh, Junge, ey, ich hab das Gefühl, dass sein Text irgendwie so die letzten zwei Jahre von mir erklären, beschreiben. So, generell, vielleicht auch die letzten drei Jahre oder vier oder so. Krass, wie diese Songs eigentlich fast nur von der Melodie leben, ne? Also die Drums sind halt sehr, sehr simpel, aber passen halt geil rein, ne? Sind schön relativ mono in der Mitte, die Gitarre außenrum baut halt extrem diese Atmosphäre auf und dazu halt dann seine Stimme, ne? Das ist crazy, wenn man sich so denkt, was, was, was für verrückte Beats wir in letzter Zeit gehört haben, wie zum Beispiel bei, ähm, boah, war das, äh, Nimo, Nimo und Luciano, glaube ich, ne? Dieser ganz verrückte Beat. Also, ähm, ne? Und dann hat man sowas, was halt echt eher auf Atmosphäre geht. Ich find sowas beeindruckend, ne? Sowas als Produzent hinzubekommen. Find ich cool. Wirklich. Äh, Beispiel für euch, wenn ihr Musik machen wollt oder so, weniger ist manchmal mehr, ja? Mit weniger kannst du manchmal eine krassere Atmosphäre aufbauen, als wenn du 50.000 Details und Percussions und weiß ich nicht, was alles drin hast, ne? Ich mein, selbst die 808 ist ziemlich zurückhaltend, ne? Also, die knallt jetzt auch nicht, übersteuert irgendwie rein, ähm, wie man's, sag ich mal so, von den anderen Gitarrenbeats oder, oder Drillsongs etc. kennt. Ähm, hier hat das alles wirklich seinen, also das ist alles wirklich im Hintergrund, im Vordergrund ist wirklich seine Stimme und die Gitarre. Und gerade eben noch diese Melodie, die, äh, hochgespielt wurde. Ich sag jetzt ein neuer, nee, nicht ein neuer Mensch, sondern er hat sich selber, also sein altes Ich, ich schätze mal, das ist sein altes Ich da erschossen, wenn ich das richtig, äh, interpretiert hat. Und jetzt ist nur noch der, der Businessman am Leben, sozusagen. Und vielleicht nicht mehr der, der andere, ne? Wie er ja schon gesagt hat, Herzen brechen aus Spaß und so weiter oder aus Langeweile, ne? Irgendwie so würde ich das jetzt interpretieren, oder? Okay, er ist ein bisschen eskaliert, ne? Ja, als ob ein Sippo da, äh, direkt die Explosion da startet, ne? Ja, ja. Ja, ja. Moritz. Ey. Ungelogen. Ich hab das Gefühl, je mehr wir hören, desto mehr fühle ich's. Ähm. Ähm, das, also der Song war für mich persönlich, textlich, inhaltlich, das, was ich am meisten bisher, äh, von ihm nachvollziehen konnte. Und, ähm, ja, jetzt kann ich mich nochmal mehr reinversetzen, wie es ist bei Leuten, die sich bei den anderen Songs von ihm reinversetzen können. Crazy. Freunde, ähm, ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören, schönes Wochenende, bleibt gesund, peace. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.